Hallo! Heute spiele ich mal Kapitän. Irgendwie kann ich das nicht wirklich gut. Ich fahre die ganze Zeit im Zickzack, aber es macht Spaß. Der Wind gerade ist ziemlich kräftig. Es fängt noch an zu wackeln. Ich zeige euch mal kurz die Umgebung. Das ist unser Ziel, das maritimen Rheinsberg, die uns freundlicherweise eingeladen haben, auch auf die Bootstour hier. Vielen Dank, Tanja, dass du uns das organisiert hast. Ich habe tierisch Spaß dabei und feiere gerade einen kompletten Scheiß zusammen. So ist es im Lieben. Bis später.